In diesem Video gehen wir mit euch zu Fuß durch die Gerolsteiner Dolomiten und zwar Richtung Mustlei und Munterlei. Wir sind also hinterher genau hier oben und zeigen euch dann auch wie Gerolstein von oben ausschaut. Auf dem Weg dorthin kommen wir noch an der Buchenlochhöhle vorbei, dazu haben wir aber ein extra Video gedreht. Geparkt haben wir auf einem Wanderparkplatz oberhalb des Gerolsteiner Krankenhauses und nun wünsche ich euch viel Spaß mit diesen Aufnahmen von unserem Wanderweg und letztendlich dann auch mit diesen schönen Ausblücken gleich von verschiedenen EGME. Geparkt 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.